Ruhe, hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge Wann zu Töpfen und weiter zwei Teufel geißen? So, leider gibt es kein Fehler. Ich habe den technischen Fehler gefunden. Und verarbeitet. Und jetzt geht's. Meine Vögel sind zu dumm, die Klappe zu halten. Halt die Klappe! Falls ihr euch das durchlesen wollt, drückt einmal auf die Klappe. Vögel, ihr seid echt zum Kacken. So, jetzt ändere ich erstmal wieder in meine Artenfälle. Wir wollen noch, wir wollen erstmal keine Mission machen. Wir haben jetzt 11.000. Ich spiele heute mal auf meine Art. Weil ich das nur so kann. Ich habe zwar beim Schul-LP. Guckt bei dem gerne mal rein. Guckt bei guten LP auch gerne mal rein. Ich fahre jetzt erstmal zum Verkauf. Und meine Vögel nerven. Ich darf aber nicht im anderen Raum aufnehmen. Ich habe auch viele Mods, also ich habe auch ein paar Mods mit drin. Mit dem ersten Mod fangen wir auch gleich erst an. Und ja. Ich nehme auch zu Anfang wieder vollen Kredit auf. Ich habe leider nur zwei Ender, aber mit dem einen muss ich aufnehmen. Schöße. 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 ... Schöße. 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 Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen gehen. hey denn warum ist der nicht verkuft den noch verkauft steht er noch dort steht er noch dort steht er noch nicht steht er nicht mehr wir fangen auch gleich wieder mit wir kaufen kuchen wir kaufen uns auch wir fangen auch gleich an alles zu verkaufen jetzt gehe ich in besitz und ist es gut ich kaufe gleich erst mal ein etwas groß und hier jetzt das kommt später alle hier ist ein cooler ich nehme das ich nehme das Oh mein Gott, das ist wichtig. Leute, ich mache jetzt erst, ich kaufe jetzt erst mal noch zu Ende und dann geht es, ich mache so lange erst einen kleinen Karten. Hallo und jetzt geht es auch weiter mit dem Let's Play Landwirtschafts-Semulator. Bitte, meine Vögel nerven euch nicht zu sehr. Ja, Sägewerk. Am Sägewerk können sie Stämme verkaufen, indem sie sie auf das Förderband legen. Jo, mehr lese ich jetzt nicht erst mal. Ja, ich habe das. Mit Wind. Jo, ich bin wieder da und jetzt erst mal. Und ich habe mir jetzt diesen Trecker gekauft, weil ich ihn sehr schön finde. Jetzt bin ich im Trecker kann. Und der hat auch einen Tast-Front-Lader. Aber ich kann mir im Moment keine Mod tun, weil meine... What the fuck. Wie are the fuck kids? Tut mir leid, ich muss jetzt erst mal, ähm, verkaufen. Ah, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr findet, wenn ich cutte oder wenn ich nicht cutte. Hier mache ich jetzt nicht, keinen kleinen Cut, weil das gehört zum Let's Play. Let's Play dazu. Oh, kacke, meine Finger. Später werde ich mir auch noch den Fendt holen, aber alles zu seiner Zeit. So, ich glaube aber, mein Arm will nicht abfallen. Ach, egal, ich jammer jetzt mal nicht weiter, ich mach einfach. Mann, ich kann mich nicht mehr abfahren, ich hab das. Vögel! Klappe! Für das am besten. Das ist natürlich Weizen-Güterbahnhof, mehr als Gaststätte. Güter-Güter-Güter-Güter-Güter-Güter-Güter-Güter-Güter-Güter-Güter-Güter-Güter. Mühle! Wo ist denn die? Ah, ja. Bin fahrend. Hallo, Leute, wir fahren zur Mühle. Äh, äh. Äh, ich glaube, das war eben schwarz, aber ich weiß es nicht. Tut mir, wenn, dann schon leer. Sehr leid. Wisst, wisst ihr, habt ihr auch Vögel? Wenn ja, schreibt's mal in die Kommentare. Meine Vögel nerven auf jeden Fall. Das ist nicht gerade wenig. Und schreibt auch mal, ob ihr das Spiel auch habt und ob ihr das auch mit, oder ob ihr das mit Lenkrad oder mit, ähm, Taster-Truhe macht. Ich mach's mit, Taster. Ich werd jetzt ne Tieffolge für heute aufnehmen, weil, ähm, es ist schon noch recht früh. Und mein... Vögel nerven! Fuckin, 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 fuckin. Fuckin, fuckin. Nächste Folge gibt's auch, hoffentlich, noch mal Musik, aber die Folge bin ich nicht ganz gut. Willkommen. Da hat man... Dings... Ne, flick. Ich fahr jetzt einfach mal quer. Ein, da drin. So geht rein in der Mühle, ähm... Ja... Dann geht's auch in zwei Minuten schon zum nächsten Part über, aber ich lad immer nur ein Part am Tag hoch. Das muss dann auch reichen, weil meine Internetverbindung auf dem Gerät, wo ich das aufnehme, ist nicht ganz so gut. Oh, ey. Jetzt. Jetzt kaufe ich mir schon mal einen kleinen Glubber, um dazu, ähm, das fällt vorher einmal zu glubbern. Ich kann das nämlich nicht aushalten. Oh, das. Ähm, oh, oh, ey. Schuh. Ah, 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 ah. We snatchelt du denn her. Ähm, mit mir selber. Wieso? Ich hab keine Ahnung warum. Das kann man schön setzen jetzt, ne? Was für dich muss ich noch einmal shelf? Ja. Das ist ja nicht viel meaning. Mein Alter war gerade da. Ähm. Grober. Grober. So, hier, ich nehme gleich mal den hier, der ist nämlich, nein, 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 mir reicht erst der hier. Tschüss, bis morgen.